Die anderen Fraktionen haben die Redezeit auch überzogen, zu einem großen Teil überzogen, aber das ist zur Klarheit. Herr Kollege Rohwedder, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauer. Aufgrund eines neuen Bundesjagdrechts und weil das alte Dens-Jagdgesetz nach Verlängerung ausläuft, befassen wir uns also heute mit dem Entwurf eines Jagdgesetzes mit ökologischem Anspruch. Es sind also nicht nur die angeführten formellen Gründe, die für ein neues Gesetz sprechen. Der Minister hat es schon gesagt, die Gesellschaft und ihre Sicht der Dinge verändern sich, ebenso wie die natürlichen Voraussetzungen der Jagd. Neue Arten wandern ein, alte, ausgerottete Arten kehren zurück, die Zusammensetzung und die Biodiversität ändern sich, manche Arten vermehren sich stark, andere gehen genauso stark zurück. Für diese Rückgänge ist im Übrigen überwiegend nicht die Jagd verantwortlich, aber die Jagd muss darauf reagieren. Und nicht zuletzt brachte europäische höchstrichterliche Rechtsprechung den neuen Aspekt der Jagdbefriedung durch private Grundeigentümer aus ethischen Gründen. Wir begrüßen die bisherigen Möglichkeiten der Partizipation für Betroffene, seien es die Naturschutzorganisationen oder der besonders aktive Landesjagdverband, der auch aus eigener Kraft Großveranstaltungen durchführte und sich damit als Organisation aktiver Bürger wirklich auch in die Diskussion einbrachte, eine Art der Bürgerbeteiligung, die wir ausdrücklich begrüßen, auch wenn wir mit den dort vorgetragenen Inhalten nicht 100 Prozent übereinstimmen. Wir sind dem Landesjagdverband aber dankbar für diese Großveranstaltung. Im Entwurf sehen wir positive wie negative Entwicklungen. Ich begrüße ausdrücklich das Verbot von Bleimunition, auch die Streichung etlicher Arten aus dem Katalog der Jagdbahnarten. Viele dieser Arten hatten eh schon eine ganzjährige Schonzeit. Das mit dem Katalog verbundene Hege- und Pflegegebot ist für viele dieser Arten gar nicht durchführbar. Seehund, Großtrappe, Samt und Trauerente. Wann verirrt sich schon mal ein Seehund den Rhein hinauf bis nach Düsseldorf? Die Großtrappe ist ein Brutvogel mit einigen Dutzenden Brutpaaren in Brandenburg, ein Standvogel, der nur in sehr harten Wintern ein bisschen Kälteflucht durchführt. Und dann mal im Jahr 2012 tatsächlich ist mal wieder eine Großtrappe irgendwo in Nordrhein-Westfalen gesehen worden. Samt- und Trauerenten sind arktische und subarktische Arten, die in Nord- und Ostsee überwintern und von denen einige wenige Exemplare auch mal weiter nach Süden fliegen, die auf den großen Stauseen dann zu sehen sind. Die können Sie gar nicht schießen. Wenn die Jagd auf Sie erlaubt wäre, dann wäre die Jagdstrecke gleich null, weil Sie hier so gut wie nie auftreten und auch Hege und Pflege können Sie für solche Arten nicht wirklich sinnvoll durchführen. Also können Sie aus dem Katalog raus. Auch der bisher gestattete Abschuss von Katzen und Hunden kann wegfallen. Weniger als 100 abgeschossene Hunde im Jahr zeigen, dass das Problem gar nicht mal so groß sein kann. Und die meisten streunenden Katzen dürfen gar nicht geschossen werden, weil sie sich zu dicht an menschlichen Siedlungen aufhalten. Wir haben schätzungsweise 500.000 streunende Katzen im Land und davon werden etwa 5.000 bis 7.000 geschossen, 1 bis 1,5 Prozent. Das hat keinen Einfluss auf die Bestandsentwicklung dieser Katzen. Und deshalb ist der vernünftige Grund, den das Tierschutzgesetz fordert, für die Tötung eines Wirbeltiers hier entfallen. Dass Schutzgebiete jetzt wirklich Schutzgebiete sein sollen, das begrüße ich auch ausdrücklich. Und wir haben aber auch Punkte in diesem Entwurf, wo von mich über das Ziel hinaus geschossen wird, wenn der Ausdruck in diesem Zusammenhang erlaubt ist. Wer Jagd gestattet, muss auch eine vernünftige Jagdhundeausbildung ermöglichen. Das geplante Ausbildungsverbot an der lebenden Ente wird zu einem Ausbildungs- und Prüfungstourismus für Hunde führen. Das hatten wir schon mal. Damit ist niemand gedient. Und warum kann man aus den Fehlern der Vergangenheit nicht lernen? Warum muss das wieder eingeführt werden? Frag ich mich da. Und ebenso ist die Wiedereinführung einer Jagdsteuer kontraproduktiv. Die wird nicht zu mehr Einnahmen führen, sondern zu mehr Ausgaben, weil die Jäger völlig zu Recht die Verträge aufkündigen, die an den Wegfall dieser Bagatellsteuer gebunden waren. Also die bisherige Diskussion und die Veränderungen im Entwurf, die es bisher auch schon gegeben hat, zeigen aber, dass die Regierungsfraktionen Argumenten und vielleicht auch öffentlichem Druck zugänglich sind. Und ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende gute Kompromisse finden können. Ich freue mich auch auf die weitere Diskussion mit allen Betroffenen. Ein schlechtes Beispiel für unkonstruktive Herangehensweise ist jetzt dieser FDP-Antrag, der im Titel schon ein geplantes Jagdverbot unterstellt. Der Vorwurf, der Jagdgesetzentwurf sei ideologisch geprägt, fällt voll auf diesen Antrag zurück, der nicht nur ideologisch, sondern auch populistisch formuliert ist. Und so war auch leider die Rede von Herrn Busen zur Begründung dieses Antrags, bis auf den Teil, der sich mit den Verdiensten der Jäger befasste, war diese Rede genauso populistisch. Wie gesagt, aufgrund der geänderten Ausgangsbedingungen in Natur und Gesellschaft, wie eingangs schon ausgeführt, ist ein neues Jagdgesetz sinnvoll. Das ist für mich in der vorliegenden Entwurfsform. Noch nicht in allen Details, Herr Weiß hat letzter Schluss. Aber die Aufforderung, liebe FDP, den Entwurf komplex zurückzuziehen, hilft hier gar nicht weiter. Wir stimmen der Überweisung beider Anträge zu. Vielen Dank.